Hallo und herzlich willkommen zurück zu der ersten Folge ETS 2 Multiplayer, aber es ist momentan keiner von mir da, deswegen spiele ich nur alleine Multiplayer, aber dafür sind andere Spieler von anderen Servern da. Ich habe uns schon so weit vorgespielt, dass wir einen eigenen LKW haben, das zeige ich euch schnell. Da habe ich schon einen gefunden. Ich habe natürlich das Schwerlast, wo die großen Fahrzeuge drin sind. Hier die Kabeltrommel mit 34 Tonnen. Dich ist ja, der ist wichtig. Exist. Dankeschön. Annen. Oh mein Mann. Ja, das ist... Oh, mein Mann. Okay. Hashtag ein. Ähm, bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 Vamos, vamos Oh André So Wenn es euch gefällt, dann lasst gerne ein Like da, schreibt eure Meinung in die Kommentare und sagt mit wem als nächstes zusammen spielen Natürlich immer So Dann Schauen wir mal Die Bank ist auch noch voll Let's go So 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 Dann Kamama So 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 Das ist gut. 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 Das ist gut.